Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen King of the Ring-Turnier hier bei WWE 2K16. Ich bin der Onkel und mein Gegner, wie immer, der Rewano. Ja, hallo. Mach dich bereit. Keine Gnade heute. Jo. Oh, das ist, glaube ich, einer, den du hattest. Ja, den hast du. Nochmal. Ne, den habe ich nicht, oder? Habe ich den? Boah, manchmal musst du immer blöd mit dem gucken, aber es passt, den habe ich nicht. Ich muss gerade gucken, ob ich den habe. Den hast du auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, den habe ich, okay. Ah, ich glaube, den habe ich schon nicht. Den habe ich, ja. Den habe ich, cool. Cool, cool. Mal was anderes wäre. Puh, ha, 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 puh, 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 ha, ha, puh. Bist du schon so weit? Deine Onkel? Ja, ja, ich habe meinen auch. Ja, dann, zähl mal runter. Okay, dann, 3, 2, 1, jetzt. Ha, wieder ein geiles Match, alter. Ja, das wird, oh, das wird auf jeden Fall ein flottes Match. Wir sind beides tactical, tactical Riders. Und ja, ich bin mal gespannt. Xavier Naidoo oder Tyler Woods. Hat einen kleinen Wuttel. Ne, wie heißt der? Tiger Woods, ne? Genauso war es. Yeah, und X-Pack. Den habe ich früher mal gesehen, ja? Der ist aber auch schon älter da auf dem Bild, ne? Wahrscheinlich aus der heutigen Zeit, ne? Ne, das ist halt noch ein bisschen älter. Ja, weil der war, früher war der mal so ganz klein, habe ich nochmal gesehen. Ja, aber früher mal jung, ja, ja, das waren wir alle mal. Achso. Ja, ja, ja. Ja, dann, Onkel, auf ein schönes Match, würde ich sagen, wa? Ja. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns das doch mal an jetzt hier. Ah, ja, das fängt ja schon mal gut an. Okay. Oh, Onkel kommt raus. Oh, Mann, und direkt so weit, ja. Ja, schön, schönes Ding. Dann geht es mir gleich wieder richtig gut hier, wenn ich da, oh, wenn ich hier so anfange. Wenn das Game gleich so anfängt, dann befreue ich mich gleich direkt hier. Ja, jetzt haben wir zwei Tacticals. Und dann schauen wir doch mal. Oh. Oh, Scheiße. Oh. Oh, der ist übel, der Move. Der ist übel, der tritt weh. Yep. Also, da kann ich mir gut vorstellen, dass der weh tut. Ach, komm mal, ja, mein Freund. Ist gleich vorbei. Ist gleich vorbei mit dir. Oh, ja. Schön draußen bearbeiten hier. Ihr wisst ja, was das heißt. Das sind Schmerzen, die man gar nicht haben möchte. Ja, dann, einmal dagegen bitte. Och, jetzt holt er den da hin. Naja. Bing. Bing. Bong. Bong. Tra la la la. Ah, schade, ich dachte, der macht so einen Move und springt auch in den Raum. Aber du musst den Viereck drücken und nicht einfach reindrücken. Naja, gut. Weil der macht definitiv so einen Move nach drinnen. Sehr schön, sehr schön. Und wenn du zu der Seile hin, wenn du an die Seile gehst und zu der Seile weiter hindrückst und drückst dann, Viereck macht er dann auch so eine Axt hin. Das ist so leicht zu blocken. Ja, aber das ist leicht, ne? Das ist eine Ding. Den alle leicht zu blocken, du brauchst aber das eh eine Tasse tun. Ja, klar. Nur, der richtige Moment ist halt, ne? Die Kunst. Ah, ich mag den Tupac. Der hat, der hat irgendwie einen Style, hat der. Irgendwie hat der einen Style. Oh, er kommt raus, okay. So ein kleines Schwein. Ja, klick. Ja, das weiß ich nicht. Ja, der hat so ein Porno mit China gedreht. Hast du nachgeguckt? Ja, weiß ich. Der hat doch ein Porno mit China gedreht. Nein. Ja, ja. Einen richtigen Hardcore? Oder nur so ein... Natürlichen richtigen Hardcore. Alter, krass. Aber dann ist er rausgeflogen von der WWE, oder? Ich frage doch nur so ein Home-Video. So. Ja, ist doch cool. Ach, ich bin. Ja, wenn ich da im Modus bin, glaube ich, kannst du mir nichts anhaben. Aber es ist nett, dass du dich schon mal hier hinlegst. Da kann ich dich natürlich gleich bearbeiten, ja. Hm. Er kommt nicht dran ein bisschen. Ja, muss dich erstmal ein bisschen quälen, ja. Macht der was? Jo. Bom. Wunderschönes Ding. Ja, vom Schaden her bist du gut dabei. Das Einzige, was bei mir ist, mein kleiner Freund ist ein bisschen... ...ein bisschen erschöpft. Ja, das sind halt diese ganzen schweren Momente. Du bist halt fett. Bung. Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's für mich gespürt. Dieses Bung. Oh, kommst du raus. Das war aber nicht geplant hier. Hm. Das war nicht geplant, so. Ja, wenn du dann nur so schwache Dinger machst, dann muss ich dir... Oh, scheiße. Hätt ich mal die Klappe gehalten. Ja. Ja. Äh. Oh, oh, oh. So Schläge im Gesicht, das tut immer gut, ja. Das tut mir immer ein bisschen weh. Oh. Aber macht ja nix. Ah, schönes Ding. M-m-m-m-m-m. Schönes mo-mobiles Ding, muss ich sagen. Was? Na, gucken wir mal. Ja, ich sag hier, ein schönes... Es läuft. Ein schönes Match. Schöne Moves. Warum hast du noch so... Warum hast du... Alter, du lauverst einen Scheiß. Das ist so ein Wahnsinn. Boah, warum kommt es jetzt einmal raus, gerade bei diesem Ding hier? Das ist Wahnsinn, ne? So. Das gemeine ist ja gerade, dass ich jetzt nicht kommt, aber gar nicht. Ja. Ist auch gut so. Ist auch gut so. Ah, nochmal ein Gesicht reingerubbelt hier. Boah, wundervoll. Wieso tue ich mir jetzt weh damit? Das muss mir mal einer erzählen jetzt. Ach, komm jetzt. Ach, du hast das ja mit dem Rausrollen, ja? Ja, ja, natürlich. Ja, aber du stehst auf, na klar. Ja, sicher, aber ich auch. Guck's dir an. Oh. Oh, Mann ey. Was machen wir da beide wieder für einen Scheiß? Sag mir das mal. Erklär mir das bitte, ey. Oh, scheiße. Und er kommt wieder da hochgeklappelt, ey. Oh ja, sicher trifft er. Hey, yo. Jetzt geht's los hier. Ja, ja, das macht ja nix. Aua. Was? Ich sag, das macht ja doch was. Wow. Wow, der war schön, ja. Alter Schwede. Krasse Aktion hier. Kann mich grad nicht wehren. Achso, ich hab keinen Konter mehr. Klasse Konter. Ja, überhaupt irgendwie, dass ich was machen kann. Hab ich nicht mehr am Angebot hier. Ah, schon wieder der. Ja. Aber das kann man ja absichtlich machen. Das Entkommen ist doch cool. Da steht aber so toll angezeigt. Geil. Da stehe ich und warte und er macht den Scheiß. Ich glaub's nicht, du kleiner Drecksack. Du Sack. Oh, er stolper. Ich kann noch nicht laufen, ey. Weißt du das? Ah. Peter, den nicht darf? Weiß ich nicht. Warum lieg ich denn jetzt schon wieder? I don't know. Ja, ich auch nicht. Ach, das gibt es doch nicht. Ach, das gibt's auch nicht. Meiner fällt direkt um. Direkt fertig mit der Welt, ey. Reconstructive Surgery. Oh, oh, Beinschlag. Ja, meiner ist ein bisschen müde. Das ging aber, wen wundert das, ne? Ach komm, du kommst auch überall raus, ne? Und dann machst du das direkt. Oh. Das ist dein Finisher? Nein. Weil du hier so komische Tanzmoves machst, deswegen. Oh, mein Signator. Ach so. Insigniert haben. Ach komm, ey. Gibt's gar nicht, dass du bei jedem sofort rauskommst. Mein Gott. Okay, will er nicht machen? Nein. Wart. Wart hat er keinen Bock auf irgendwas. Eio. Werf mich mal rum. Nein. Oh, fuck. Start schon, Alter. Er fällt direkt runter. Das war jetzt mein, äh, mein Dings. Mein Signature oder was? Okay. Hm. Na gut, hab ich halt einen Aufgabe griff. Oh. Oh. Geil. Das ist geil. Das hat mir jetzt Spaß gemacht. Das war jetzt eine schöne, schöne Atmosphäre hier. Einfach mal schön. Ja, die einfach mal so mit dem Kopf gegen den Rehmposten, ey. Das war einfach mal so richtig verdient. Das hast du einfach richtig verdient, dass du das. Boah. Hm. Das gibt's. Ja. 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 Das war wunderschön. Wunderschön. Ja. Ja. Und weißt du, was das Geile ist? Ich wollte einen nochen Finisher machen. Ich hatte ja noch einen. Ich hätte die direkt danach nochmal reingedonnert, wärst du rausgekommen. Ich hätte dich weggefinisht. Alter Schwede. Ja. Schöner Kampf. Der war auch wieder gut. So. Du warst dran, oder? Nee, war ich dran. Ich weiß gar nicht. Ja, du warst dran. Ja, liebe Freunde, dann war's das auch schon wieder für den heutigen Tag. Ja, war ein, ja, war so ein teils, teils guter Kampf. Also, ging schon. War, ging gut. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ne? Und. Jo. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Däufig da lassen, auf Kanäle gucken. Und kommentieren auch, wär auch cool. Und wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin. Ciao. Ciao.